Warum brauchst du einen Kindersitz? Kindersitze spielen für die Sicherheit von Kindern in Autos eine große Rolle. In den meisten Ländern weltweit sind Kindersitze Pflicht. Sie werden speziell für Kinder ab der Geburt zu einem maximalen Alter von 12 Jahren oder einer Körpergröße von ca. 135 oder 150 cm entwickelt, wie zum Beispiel bei uns in Deutschland und Österreich. Kindersitze sorgen für passive Sicherheit. Das heißt Sicherheit, die, wenn nötig, immer da ist. Komfort ist ein zusätzlicher Vorteil, insbesondere für jüngere Kinder, die während der Fahrt schlafen. Auch wenn Autos jeden Tag sicherer werden, ist die Entwicklung von Autos auf die Maße von Erwachsenen ausgerichtet. Darüber hinaus ist der Sicherheitsgurt nur eingeschränkt dafür geeignet, Kinder optimal anzuschnallen. Daher sind mehr Schutz und Beratung erforderlich. Kindersitze sollen sicherstellen, dass Kinder im Auto umfassend geschützt sind. Da Kinder eine andere Art des Schutzes benötigen, ist es unheimlich wichtig, den richtigen Kindersitz auszuwählen. Der Online-Kindersitzberater führt Eltern in drei einfachen Schritten zu dem richtigen Kindersitz. 1. Größe des Kindes 2. Art des Kindersitzes 3. Art der Installation, das heißt Gurt oder Isofix Um den Kindersitz im Auto zu installieren, kannst du zwischen Isofix und dem Fahrzeuggurt wählen. Die Installationsmöglichkeiten hängen von deinem Auto und dem jeweiligen Kindersitz ab. Bei der Auswahl des richtigen Kindersitzes für dein Auto hilft dir die Fahrzeugtypenliste.